er ist einfach ein kleiner franzose was hört ihr da für eine musik, ey, das ist... oh, sacrebleu mon ami nein, ich bin nicht dein Freund oh, monteur de la fresse kann ich den Mutant zu töten? nicht du bist ein Anti-Made, kennst du das? Dennis war nicht dein Ernst, oder wer war das? ich hab nichts gemacht, das war der franzose, der kleine wow, er flasht mich, ich weiß wie Jesus oh, einer ist an dem Raum, wo ich gestorben bin, zu Tür zum nächsten Raum da wenn du weißt, was ich meine das ist ziemlich gut kannst du Fußspuren scannen, ne? wie denn? musst auf die gucken am Boden aber ich sehe keine Fußspuren bist du blind? ach so, ich sehe überall Fußspuren ok, das ist alles ich bin sicher, das die Diffuser ist da hier extra ich habe den GEDINGSHOP Namiya, are you okay? My friend My friend, are you okay? Oh putain Oh putain Sacreble Eieiei Go offline, man Russki Nice Scheiße Wir haben Teamkir gemacht Leute Ey, der weint auf der kleine Franzose We'll give you win We win Der weint nur weil wir hier Banner gebannt haben Der holt ehrlich nur weil wir hier Banner gebannt haben Gut gemacht Jotan Dann kommen wir einfach My friend You okay? Go offline, nah Nah, no go offline We win We win Victory Shut up, man Please I know French people don't know what victory is But we will win We will win Shut up, please You can mute me if you want Er hat Dauersendlern oder so Ja Sie sind selbst schuld wenn er's abbekommt Wenn man Dauersendlern hat, ist man ein untermensch Wo sind die? Maman, manche quoi soar? Makarone? Is Makarone? Macarone 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 Macarone, oder? Was du nicht? No 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 Er geht einfach Der geht einfach Kleine Alter Du hast killed Danke Zumatt Komm Du bekommst Du den kill Warum bekommst Du den kill Ich habe ein Kilt, Junge. Willst du mich verarschen? Ich down den, denn es gibt den letzten Schuss. Ich dachte, du musst ihn überlassen. Du musst ihn überlassen. Du f***ing AFK-Faggot! Ich werde deine Familie fighten und f*** deine Leben. Du hast eine Schuld? Ich habe keine Schuld! Reinforce, mein AFK! Stopp kreien! Stopp kreien, mon ami! Lass es überlegen, lass es. Oh, 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 oh! Du bist ein wenig von oben drüber. Du bist die Schuhe, du solltest. Alter, okay. Wo kommen wir immer so Leute? Sag mal. Ich glaube, die alle von der gleichen Seite kommen, Alter. Die sind alle vom gleichen Fenster gekommen, oder was? Guck dir das hier an, Alter. Aber alle nacheinander. Guck dir, nein, guck. Der Bait? Warum hast du deine Sachen rausgelistet? Warte, ich entmürte ihn. Was wollen wir? Was wollen wir? Security Room? Map Room? Oder wieder runter? Can you f***ing mute yourself if you f***ing need? Ich krieg davon ne psychologische Störung, Digger. Ich auch, die kannst du bezahlen. Nein, du. Du? Du? Du wolltest hier spielen. Boah, mehr schmerzt weiter, die Sauer. Mute wäre noch mehr OP, glaube ich sogar. Hallo? Aime? Mein Aime ist nicht da gewesen. Ich weiß nicht. Aime, außerhalb, pass auf. Ein Stück, zwei Stück draußen. Bei dem ruft jemand an. Putain! Was ist das denn so? Oh nein! Ich bin unser starkes Rex. Aber da droht man sich in der Rennen. Aber da muss man sich in der Rennen mit этого gehen. Aman, mein Mann, ich werde mich nicht mehr behandeln, was weiß ich. Lass ihn sterben, lass ihn sterben. Pff, das sind wirklich ein Rennen. Mein Aime ist wirklich gelacht. Hilfe! Hilfe, bitte. Hilfe, Hilfe, bitte. Ich komme. Ich bin zufrieden. Ich hab dich already killed. Das ist ja sehr gut. Aber was das macht das Leads? Ja, wo bist du? ist einfach im gegner team aus dem letzten game der kleine franzose das ist so ein scheiß bait es ist ein großer bruderspiel das ist ein vater das läuft jetzt Vielen Dank.